Was ist eine Schuhhetzung? Jeder kennt das, wenn man sich an einem kalten Wintertag draußen aufhält und nach kürzester Zeit wieder eiskalte Füße hat. Das ist nicht nur unangenehm und kann echt schmerzhaft werden, sondern birgt auch das Risiko einer Erkältung. Wie viel kostet ein Schuhwärmer? Grundsätzlich kannst du bei einem Schuhwärmer von 15 Euro aufwärts rechnen. Die teuersten liegen dann schon bei 250 Euro. Du solltest dir aber im Klaren sein, dass bei einer Schuhhetzung die Qualität eine wichtige Rolle spielt. Wo kannst du dir eine Schuhhetzung kaufen? Es gibt verschiedene Orte, an denen du einen Schuhwärmer käuflich erwerben kannst. Wir stellen dir hier folgende Möglichkeiten vor und zeigen dir deren Vor- und Nachteile auf. Welche Arten von Schuhhetzungen gibt es? Es gibt eine Menge an verschiedenster Modelle von Sohlenwärmern. Wir haben uns dafür entschieden sie für dich grob in drei Kategorien zu unterteilen und dir die genauen Vor- und Nachteile der einzelnen Arten zu beschreiben. Was können Schuhwärmer mit Kabel? Diese Art Schuhwärmer ist die wahrscheinlich am häufigsten hergestellte. Sie besteht aus einem paar Sohlen, die durch ein Kabel mit einem externen Akku verbunden sind. Dieser betreibt das integrierte Wärmemodul in den Sohlen. Der Akku selbst wird dann meist hinten am Schuh befestigt. Wie gut sind elektrische Sohlenwärmer ohne Kabel? Diese Art ist eine etwas neuere Erfindung. Es gibt vergleichsweise wenige Hersteller dieser Heizsohlen. Die kabellose Variante ist daher auch eine der teureren. Wie funktionieren Schuhwärmer komplett ohne Strom? Hier gibt es viele Möglichkeiten. Die älteste sind einfach normale Sohlen, die man selbst erwärmt. Dadurch hält die Wärme zwar nicht lange, aber man spart Geld. Wir möchten uns bei diesem Punkt aber eher um jene Sohlenwärmer kümmern, die von selbst heizen und das ohne Strom ist. Wie kann ich mit selbst einen Sohlenwärmer machen? Online sind einige Anleitungen zu finden, wie man sich Schuhhetzungen mit Akku tatsächlich selber bauen kann. Solltest du also Lust haben, kannst du dir diese einfach durchlesen und selber losbasteln. Es gibt aber auch Möglichkeiten für Leute, die weniger Bastelfreude haben.